Ich verstehe nicht, warum die da unbedingt an diesen Generator wollen. Warum wollen die nicht irgendwelche Gehirne fressen? So, moin Leute und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Zombie Army 4 Dead War. Ich spiele das nächste Kapitel. Falls ihr die anderen Folgen verpasst habt, könnt ihr die gerne nochmal auf meinem Kanal nachschauen. Und ansonsten würde ich sagen, let's go! So, jetzt gucken wir mal, ob ich jetzt irgendwas machen kann. Welches Level bin ich denn jetzt? Jetzt bin ich 10. Jetzt kann ich aufrüsten. Und zwar hat er 20, alter. Ach nee, hier kann ich doch den, oder? Den kann ich machen. Schadenmodifikator. Sprengstoffmodifikator. Kann ich nur einen nehmen. Ein Upgrade Kit muss ich dafür finden. Okay. Gut, habe ich jetzt nicht. Ich glaube, die Upgrade Kits, die findet man sonst auch nur in den Level. Und ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich die mir zusammensuchen kann, oder... Ob die nach und nach kommen, oder? So, ich brauche hier eigentlich gar nichts mehr. Munition ist voll, so wie es aussieht. Gehen wir gleich weiter. Und ich glaube, jetzt kommt der Endgegner irgendwann. Trefft euch auf der Terrasse. Ich habe ja gedacht, vorhin ist der der Endgegner schon. Ja, ist der Höllenturm. Was kann man hier machen? Also hier, das Ding blinkt zwar, aber... Ich muss noch mal gucken. Finde Teile, um den Generator zu reparieren. So, das ist der Generator hier. Okay. Eins haben wir schon mal. Und wo setze ich das Zeug ein? Achso, da. Gedrückt halten. So. Verteidige den Generator. Super. Ja, super. Genau das habe ich mir schon gedacht. Da komme ich nicht rein. Super. Es ist immer schön, wenn man... Es ist immer schön, wenn man dann vorbeischießt. Das freut mich am meisten. Oh ja. Junge, wie kann ich denn diese... Oh, das sind immer viele. Junge, die haben den Generator kaputt gemacht, die Schweine. Oh ja. Jetzt reicht es aber mal hier. Können wir mal nachladen. Ich soll gar nicht mehr auf mich nicht piechern. Die Frage ist ja, wie lange muss ich denn diesen Generator beteiligen? Aber hier hast du echt eine gute Chance, diesen 3er kill zu machen. Alter, habe ich hier eine Munition? Ja, doch. Schmier kaputt. Hat das kein 3er Headshot? Oh, nur zwei. Ja. Alter, wir kommen hier wieder raus. Ich muss jetzt einen Medikip nehmen. Das wäre nicht weniger, Alter. Wie soll ich denn das Teil starten, wenn da so viele Viecher sind? Ich komme hier gar nicht mehr raus. Ich muss jetzt mal zwei, wenn die irgendwann Pause machen. Das heißt, wenn ich hier irgendwie an dieses scheiß Teil rankommen könnte. Ah, das geht schon. Ah, ich verstehe nicht, warum die da unbedingt an diesen Generator wollen. Wollen die nicht irgendwelche Gehirne fressen? Schon wieder kaputt. Hau und ab, ihr Hunde. Jetzt habe ich es geschafft. Nice. Das wäre die optimale Funktion gewesen für den 50er kill, Alter. Ah ja, jetzt soll ich hier hin gehen. Strom in Wasser leiten. So, jetzt muss ich da irgendwie... Rechts oder links lang? Ich habe keine Ahnung. Wo gibt es denn mit Zeug rum, Alter? Was gibt es hier eigentlich noch in der großen Piste? Ja, moin. Ach du Scheiße. Ich bin ja hasse ich ja, Alter. Arme. Frage ist ja, ob ich dieses große Teil hier nochmal brauche. So, ich gucke jetzt mal. Was hier so abgeht, weil ich muss ja da irgendwo runter. Ich repariere den Generator. Warte mal, ich muss ihn wegschmeißen, ja. Ach. Das war jetzt nicht mein... Das war jetzt nicht mein Plan, Junge. Ah. Diese Kackviecher, Alter. Ach, da drüben ist es. Oh, da... Was ist denn das hier? Komm ich da hin? Mal schwimmen, oder was? Lau, Forest! So, einmal nach hoch. Hätte ich mal zuerst den ersten gemacht, ey. So, hier kommen wahrscheinlich wieder 300 Gegner. Äh. Ach, da brauchen wir wieder so ein scheiß Teil, Alter. Wo finde ich denn das? Die Sicherung brauche ich erstmal wieder. Erstmal brauche ich eine Sicherung. Also. So, und dann geht der ganze Spaß wie von vorne los. Jetzt kommen sie wieder alle. Aber wie lange muss man den denn verteidigen? Verstehe ich das gar nicht. Was ist der denn, ja? Oh, da sind schon wieder 3000 Leute da. Dieses scheiß Teil. Oh, ihr Dreckschweine. Oh, ihr Dreckschweine. Hui. Head down. Choo, choo, choo. Mal die an. Und leer. Munition knapp, sagt er. Super. Hier war doch irgendwo Munition. War doch irgendwo Munition. Junge, die kannst du jetzt gut zusammen trainen, Alter. Ah, komm mal. War hier nicht irgendwo Munition? Äh. Äh. Ich muss weg. Bam. Hier. Nee, auch nicht Junge, hier war doch irgendwo gerade Munition Ich bin doch nicht doof Da So, weiter geht's Alter, die beschmeißen mich immer mit irgendeinem Scheiß Irgendeinem Gift Giftzeug Was sind diese grünen Kackviecher, ey Alter, wo kommt'n der her? Ja, moin Geh mal weg da Muss noch schnell da hoch Um mir neue Munition zu holen Das war's Der ist hin Ach so, jetzt weiß ich, warum der gekommen ist, Alter Warte mal, ich hol mir nochmal Munition hier Ich glaub, der ist gekommen, weil ich den Generator fertig hatte Deswegen ist dieser Bossrad da angemarschiert gekommen So, wo muss ich jetzt hin? Kann ich da rüber gehen? Alter, dieses Ding ist total der Scheißdreck Schmeiß weg Kommt nicht da rüber Achtung, Minen Ja, geil Was war das denn jetzt? Bist du schon wieder ein Sniper? Crank Guck mal, dass ich da jetzt irgendwie rüberkomme hier Auch wenn hier mega viele Gegner sind So Ach so, hier war ich ja vorhin Wo wir sparen können Da drüben ist auf jeden Fall dieses andere Ding Schon mal gut So Entspannung Jetzt brauch ich wieder so'n Teil Ist nur wo ist da so'n Teil hier Da liegt was drauf Ne, das ist nicht Wahrscheinlich im Haus irgendwo Hier So Dann machen wir den mal hier rein So Dann geht's gleich wieder los hier Metalligalli Vielleicht soll ich das Ding mir aufheben, Alter Aber ich weiß ja Ich weiß ja echt nicht, was als nächstes kommt Oder Und schon wieder Habe ich den noch nicht angemacht? Na, super Junge, geh mal Mach mal hier ganz normal wieder Die Frage ist ja Wo krieg ich Munition her? Ich glaube ich muss mich mal kurz an Munition umgucken Aber ich glaube die gab's hier Alter Wollte ich mich verarschen oder was? Let me vorbei Ach du Scheiße Ich brauche jetzt erstmal so'n Takedown, Alter Da war er Was war das denn? Jetzt hab ich irgendein Trophy bekommen für irgendwas Irgendwie lange muss ich den noch verteidigen, ey Scheiße So, jetzt muss ich nochmal hier nen Takedown machen Ein paar Takedowns am besten Ein bisschen schön Alter Alter Junge, die greifen auch an Von allen Seiten, ey Schon wieder Schon wieder, Alter Ich krieg hier dauernd ab, ey Ich muss das Ding eigentlich mal stoppen Schon wieder kaputt Ich bin gar nicht so weit weg, Alter Was ist denn da? Ist der noch an? So, jetzt sehen wir mal eigentlich einen Takedown raus hier Ich bin hier so selbstmärter, alter Ui Und wie lange muss ich den noch verteidigen hier? Noll Elektrische Ladung freisetzen Ja, das machen wir doch mal Wie muss ich hin? Ach da Ja, geh doch mal da rüber, alter Oh Warte, ich brauch ein bisschen Energie Einfach mal den Einfach mal das Viech getakedaunt Ja, das hat mir überhaupt nichts gebracht, alter Bin gleich tot, ey Wollte eigentlich einen Takedown machen hier Ja, aber irgendwie funktioniert das nicht mehr Oh nein Nein Zweite Chance Lauf Lauf Oh Schau ich nicht mehr, oder? Doch Ui Alter, der Hai Ja, leck mich doch Mission abgeschlossen Perfekt So Leute Ja, leck mich doch Ja, leck mich doch Ja, leck mich doch